Wir eröffnen hier eine neue Baustelle. Guck mal, wie groß der Kran ist. Hier arbeiten zwei Radlager. Guck mal, wie groß der Kran ist. Hallo liebe Fans. Ich bin's wieder, eurer Jack. Heute zeige ich euch, wie man ein Bruderfahrzeug zum Fernsteuerfahrzeug umbaut. Hier habe ich den Rennschieb vom Bruder. Das war meine Idee, weil er hat viel zu harte Reifen. Deshalb bauen wir die Räder hier an den Rennschieb dran. Und die Karosserie bauen wir ab. Der ist von Ben gut. So eine Karosserie ist ja knatsch. Die gibt's gar nicht. So einen Umbau haben wir schon mal gemacht. Der sieht dann so aus. Soll ich den mal Test fahren? Dann zeige ich euch mal draußen in meinem Testgelände. Tschüss, bis bald. Zeige ich euch mal draußen in meinem Testgelände. Ja. Soll ich den Rennschieb dran. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.